Der englische Comedian Rowan Atkinson kennt man ja eigentlich aus seiner Rolle als Mr. Bean. In der Fortsetzung von Johnny English versucht er sich als Geheimagent, der einen Anschlag auf den chinesischen Premierminister verhindern sollte. Ob diese Bond-Parodie funktioniert, das diskutieren jetzt gerade unsere beiden Movie-Talker Wolfram Knorr und Alex Oberholzer. Wir sind dann Kino Riffraff in Zürich und reden über einen englischen Film, nämlich Johnny English Reborn. Heisst natürlich, der Rowan Atkinson ist wieder als trotteliger Geheimagent ihrer Majestät unterwegs. Als Johnny English sollte er die grössten Staatschefe der Welt vor einem Attentat schützen und sorgt dabei, wie gewohnt, für ein gigantisches Chaos. Obwohl, wie immer, kein Falle zu offensichtlich und kein Fettnäpfchen zu gross ist, rettet er die Welt schliesslich auf seine ganz spezielle Art. Und deckt dabei erst noch eine Verschwörung auf, die in die obersten Kreise zeigt von KGB, CIA und einem britischen Geheimdienst. In der Hauptrolle natürlich Rowan Atkinson und der Pierce Brosnan. Wolfram Knorr, das finde ich ja schon ein gelungener Coup, nicht? Rowan Atkinson parodiert den Bond und Bond, Darsteller, spielt gleich mit. Spielt gleich mit, ja, ja. Es ist, ja, was mich ärgert ist, er wird so getan, das sei jetzt, also die Parodie auf James Bond, ja klar, natürlich nimmt er sich vor, aber in den Gags ist er überhaupt nicht. Da klauen die, wie die Raben bei einem anderen Komödienhelden, nämlich Inspektor Clouseau, in den Film, in den Pink Panther-Film, den Peter Sellers mal wunderbar dargestellt hat, von Blake Edwards inszeniert. Und das waren ja Gags, die so ein bisschen verzögert kamen. Das war das Wunderbare bei dem Peter Sellers, der eigentlich, der alles durchschaut und dann irgendwie plötzlich eine völlig beschränkte Wahrnehmung hat und hinter ihm fallen dann, sterben die Leute wie die Hasen und er merkt das nicht und redet aber so in dem Sinne, meine ich, was solche Gags hält große Reden. Und dann gibt es ja auch, es gibt auch noch etwas anderes, der Inspektor Clouseau hat ja einen Asiaten bei sich zu Hause, mit dem probt er immer die großen Auftritte. Und das Gleiche macht er ja auch in dem tibetischen Kloster. Also all das, es sind unglaublich viele Gags. Ich habe irgendwo gelesen, ja, das ist Mr. Bean, ich sehe da gar nichts von Mr. Bean, ich sehe wirklich eine, ja, ein, das ist eine englische Version von Inspektor Clouseau. Natürlich ist der Rahmen, selbstverständlich ist James Bond, das ist ganz klar, das ist natürlich, aber die Gags selber sind es nicht, es wird sich nicht wirklich über den Bond in dem Sinne lustig gemacht. Gut, da spielt ja eigentlich keine Rolle, ob Bond oder Bean oder Inspektor Clouseau. Doch! Wichtig ist doch, wichtig ist aber auch, ist es lustig? Eben, das meine ich eben, viele sagen nämlich, das habe ich auch gelesen, sagen, oh, das ist ja enttäuschend, hier sind die Gags nicht mehr so wie im Ersten. Ja klar, weil sie hier sich ganz konzentriert auf diesen Clouseau einlassen und der ist halt ein bisschen anders gelagert als die britische Komik, die man sonst gewohnt ist von diesen Johnny English. Dann müsstet ihr das aber besonders gefallen haben. Weil du ja Inspektor Clouseau-Fan bist. Ja klar, ich fand das auch zum Teil gut, es gibt ein paar interessante Gags, zum Beispiel in der Luftseilbahn und so weiter, wo es kombiniert wird ein bisschen, Bond und Clouseau, das fand ich auch noch ganz lustig. Aber es ist insgesamt, weil er halt hier diesen enormen Auftritt hat, als ein James Bond gespött, fällt das ein bisschen hinten runter, das Ganze. Also das ist das Einzige. Ich bin nicht so wahnsinnig ein Gegner von dem Film, gar nicht. Nein, ich muss einfach sagen, der Rowan Atkinson finde ich einfach immer, hat grossen Unterhaltungswert. Den finde ich einfach immer gut. Ich schaue dem einfach gerne zu, wenn der nur schon auftaucht, dann muss er schmunzeln. Er hat nur um einen Gag, das ist so typisch Clouseau. Er kommt rein und ist so von sich wahnsinnig überzeugt und trinkt. Das ist allein schon so ein krumm Lachen. Ja, das ist wunderbar. Und trinkt dieses, wo diese Kerle da dieses Gift reinhaben. Er soll ja eigentlich nicht das Attentat ausüben. Und er trinkt das und sagt, wenn man hier redet so rum, das und das und säuft das aus, diese absolute Selbstverständlichkeit. Und das finde ich eben so, das hat so einen Clouseau-Stil. Ist ja auf eine Art auch unkürshauptstironisch. Sehr, sehr. Und das glaubt ja deine Figur. Ich finde den insofern nicht so schlecht. Ich habe nur sagen wollen, weil viele sagen, jetzt dieser Sequel, das sei nicht mehr so lustig wie der erste. Wichtig ist nicht, was viele sagen wichtig ist. Was du sagst, gell? Das ist richtig. Also, Bean und Bond da. Fünf lange Winter. Du hast dich vor der Welt versteckt. Ich mache wieder Krieger aus dir. Wie? MI7 will, dass du mit nächster Maschine nach London fliegst. Der größte Spion der Welt. Mein Name ist Englisch. Johnny Englisch ist zurück. Und gefährlicher als je zuvor. Sie waren zwar einige Zeit fortenglisch, vergessen haben wir sie allerdings nicht. Sie haben diese Abteilung schon einmal zur Zielscheibe des Spots gemacht, aber nicht mit mir. Klar? Sie wissen, wie man sowas fliegt, Sir? Sowas verlernt man doch nicht. Doch jetzt trifft er auf seine größte Herausforderung. Es gibt ein Komplott für einen Anschlag auf den Premierminister. Die Zeit drängt. Wie sehen die Sicherheitsvorkehrungen aus? Englisch. Geben Sie mir 24 Stunden. Noch in diesem Jahr. Mein Land braucht mich. Das ist Johnny Englisch. Dann zeigen wir mal, was wir so drauf haben. Schlägt der beste Mann. Der Secret Charm ist zurück. Oh, Johnny. Das ist der Killer aus Hongkong. Die macht mich kalt. Ich hab sie. Die alte Hexe. Sie ist der Killer. Das ist meine Mutter. Omi. Johnny Englisch. Jetzt erst recht. Johnny Englisch Reborn. Ein bisschen simpel gestrickter Comedy-Clamauk. Mit den beiden ganz unterschiedlichen britischen Originalen. Rowan Atkinson und Pierce Brosnan. Das Treffen Bean und Bond. Ich finde es einfach lustig. Natürlich nicht tiefsinnig. Natürlich ziemlich oberflächlich. Aber vor allem der Bean selber. Wenn er in die Fettnäpfchen trampelt, wo er sich selber stellt. Ich finde es köstlich. Darum von fünf möglichen Sterne gebe ich drei. Ja, ich auch. Ich gebe ihm auch drei. Einer der schönsten Gags ist für mich, er lernt ja im Kloster, hart zu werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also man kann ihm auch in die Weichteile treten. Er ist hart. Und da gibt es eine Szene, ich glaube, das ist ihm in der Gondel, in der Luftseilgondel, wo der Bösewicht ihm zwischen die Beine tritt und er macht so. Dann tritt er ein zweites Mal, dann tritt er ein drittes Mal. Und der fassungslos. Vollkommen fassungslos. Und dann endlich entschließt er sich, selber zurückzutreten. Das finde ich ein Wunderbar. Krassig, gell? Und im Hintergrund dieser idiotischen Vorstellung, dass man in den Klöstern zu einem wirklich gnadenlos harten Typen werden kann. Auch Batman hat ja auch seine Ausbildung in einem tibetischen Kloster. Das ist Ihnen offenbar. Das finde ich sehr witzig. Also auch drei Sterne von mir. Notrufs auf Hartford. Wie kann ich helfen? Drei. Drei Menschen. Was genau ist das Problem? Drei Menschen sind tot. Ich habe sie getötet. Hallo? Hallo? Als ich etwa acht Jahre alt war, hat meine Mutter drei Menschen umgebracht. Die Polizei traf in ihrer Wohnung ein. Sie hat diese Morde während einer Teufelsaustreibung begangen, die an ihr vorgenommen wurde. Die Kirche hat sich eingeschaltet und sie wurde in die Centrino-Nervenklinik in Rom eingeliefert. Deshalb bin ich hier. Es stellt sich nun die Frage, ob ich es in den Genen habe. Werde ich eines Tages durchdrehen? Reine Vorsichtsmaßnahme. Sollte Sie Probleme machen, an der Wand ist ein Alarmknopf. Maria, ich bin's, deine Tochter. Vereine die Schnitte. Vereine die Schnitte. Vereine die Schnitte. Vereine die Schnitte. Wenn Sie Ihrer Mutter wirklich helfen wollen, müssen Sie den Exorzismus besser verstehen. Was schlagen Sie vor? Sie müssen einen miterleben. Wo ist sie? Oh, wir mussten Sie nach unten bringen, in den Keller. Das ist eine Kombination aus Religion und Wissenschaft. Ich bin schließlich Mediziner. Fangen wir an. Isabella. Sie hat mir Namen gesagt. Ich habe vier Stimmen auf dem Video gehört. Was bedeutet das? Besessenheit von Dämonen. Bitte helfen Sie meiner Mutter. Das ähneln keiner einzigen Form der Besessenheit, der ich je begegnet bin. Tut mir leid, Isabella. Ich kann das nicht. Was zum Teufel ist hier los? Was sollen wir tun? Ich weiss, ich weiss das nicht. Isabella! Lass meine Mutter los. Du wirst brennen. Vereine die Schnitte. Vereine die Schnitte. Vereine die Schnitte. Vereine die Schnitte. Wer also ausführlich Bericht zu The Dangerous Method oder sonst ein Highlight von der Sendung verpasst hat, kann sich alles auch im Internet als Videostream anschauen. Die aktuelle Ausgabe gibt es entweder auf unserer Facebook-Seite oder auf star.tv.ch. Dort einfach auf Sendungen und anschliessend auf Kino klicken. So, und jetzt an alle Filmfans, die einfach keine Zeit finden, um ins Kino zu gehen, aufpassen, weil jetzt gibt es den Programm Hinweis zur Sendung Home Cinema. Der englische Zauberlehrling ist zurück. Im siebten und letzten Teil Harry Potter und die Heiligtümer des Todes geht es um die grosse Schlacht von Hogwarts. Schafft der Harry es, Lord Voldemar zu besiegen? Das und mehr in der nächsten Home Cinema Sendung. Also unbedingt einschalten. The Twilight Saga und vieles mehr, wie immer am Mittwoch um 7 Uhr, nur da auf Star TV. Ich wünsche viel Spass im Kino, bis zum nächsten Mal und tschüss. The Robert Pattinson und Kristen Stewart sind wieder da. Und das Mal wird es ganz schön romantisch. Sie schwören nämlich auf die ewige Liebe, bis der Tod sie scheidet. Ob das wohl gut geht? The Twilight Saga bis zum Ende der Nacht und vieles mehr, wie immer am Mittwoch um 7 Uhr, nur da auf Star TV. Die Welt